Ähm, ja. Von den Giganten hauen wir jetzt mal ab und gehen jetzt in die Wasserwelt. Richtig. Daran erinnere ich mich noch. Ha! Bei der Wasserwelt, da war ich. Und, oh, dafür ist auch der Helm gut, den ich gerade mir gekauft habe. Hö, 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 hö. Äh, verdammt runtergefallen. Stimmt. Das ist gut. Das ist sehr gut, dass es jetzt so gelaufen ist, weil ich jetzt erst den Helm habe und... Äh, warum springt der so hoch? Was soll das denn? Dummer. Dummer Affe, du. Zack, zack. Aber kein Gewicht, warum auch nicht? Ich krieg nie ein Gewicht. Nie. Das ganze Spiel wird so weitergehen. Du, keine Gewichte mehr. Das Spiel ist für dich vorbei. Du hast Pech. Wohaha. Und neue Musik. Oh, wie geil. Die Musik in diesem Spiel. Lesen. Öffne die Schleusen. Das Wasser wird wieder fließen. Der blaue Fliegende hält den Schlüssel. Okay. Wer ist der blaue Fliegende? Das klingt scheiße. Ich bin der blaue Fliegende. Äh, äh, äh. Geld. Oh nein. Nein, nicht ins Wasser. Das ist schlecht. Oh Gott. Höpf. Höpf. Oh Gott. Höpf. Oh Gott. Seht ihr? Wasser macht Schaden. Wasser nicht gut. Wasser böse. Böse Wasser. Nicht nett. Hier landen. Ich möchte wenigstens mal gucken, was in der... Gut. Schatztruhe hier ist... Nein! Warum geht's hier so langsam? Gut, wir hauen hier wieder ab. Ich so, ja, mit dem Helm hier können wir gut überleben. Paff, paff, paff. Hm. Haben wir ja gesehen, wie toll ich hier überleben kann. Und scheiße, wo ist die Taste? Ach, null. Ah. Nein, falsch. Jetzt merkt nach da, Game Master. Verdammt. immer wieder laden, dann könnte ich mir auch ganz viele Gewichte holen. Und ganz viele Shurikens, merke ich gerade. Das ist gut. Oh, drei Gewichte! Jetzt können wir schon mal drei Podeste aktivieren. Davon zwei Fallen und eine Unnütze. Immerhin! Denn so ist das Spiel aufgebaut. Es gibt von den drei Trilliarden nützlichen, äh, von den drei Trilliarden Podesten ungefähr drei nützliche. Ja, der Rest sind Fallen, würde ich jetzt einfach mal grob behaupten. Was haben wir denn hier drin eigentlich? Und noch mehr Wurfsterne. Gut. Mir soll's rechts sein. Ich geh nicht nach links, das war mir zu risky. Wir geh'n nach rechts! Da, da, da! Zu den Wasserfällen und lesen das hier und, achso, können wir noch gar nicht, weil das und das mh, können wir eh nicht. So, gut. Ah, Moment! Das weiß ich auch noch. Moment, ich geh' nochmal hier raus aus der Karte, weil ich weiß, wie man dieses Geheimnis löst. Das weiß ich noch. Sehr gut. Wir springen hier rüber. Okay, lassen uns nicht treffen. springen hier rüber. Perfekt! Ja, man muss über die Wasserfälle rüber springen, um die Karte da oben zu bekommen. Dieses Spiel ist so böse. Oh, es gibt mir auch keinen Hinweis auf irgendwie die... Nein! Nein! Oh, leck mich doch, ja? Oh, was ist das denn jetzt, ey? Lesen! Oh, verdammt! Ich darf wieder mich heilen gehen. Cast of the boat. Spring auf das Boot. Bahamut's Schlafplatz liegt dort. Der rote Schein, der rote Glanz, wird von dem Meister aller Fische gehalten. Schön! Toll für dich, Meister aller Fische. So, ein Kack! Das Spiel ist so... Ah! Man denkt immer so, das wäre einfach wegen der Grafik oder so, aber dann... Bäm! Nix da. Das Spiel ist nicht einfach. So. Fisch. Jetzt bleibt er auch noch stehen. Karte, die ich aber auch noch nicht wirklich brauche. Moment. Guck jetzt nochmal hier weiter. Mh, 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 mh. Uah! Alligatorfisch mit Blasen! Oh Gott! Aber guckt euch mal die Blasen an, wie cool die sind! Ich mein, Entschuldigung, dafür, dass die Grafik so schlecht ist, fliegt die Blase aber in einer sehr schönen Dynamik rum, finde ich. Also echt. Kann ich wieder nicht lesen. Boah. Und hier? Das Wasser, welches den Turm in Kraft setzt. Es fließt hier und wird zu Energie weiterverarbeitet. Gut. Ich hab zu wenig Leben. Ich seh das jetzt schon kommen. Denn jetzt gleich muss ich durch Wasser. Passt auf. Jo. Da muss ich durch. Verdammt. Kann ich aber noch nicht. Weil ich hier nochmal dann hin muss. Schön. Ah. Na gut, das werden wir dann beim nächsten Mal machen. Dann treffen wir uns mit voller Energie an der Stelle da oben wieder. Okay, kleine Knuffels. Hä? Ich geh jetzt erstmal hin, damit ihr seht, wo wir uns treffen mit voller Energie. Hoffentlich voller Energie oder so ein bisschen voller. Ey, ist das doch nicht wahr. Wie soll ich das denn hier jemand mit voller Energie hinschaffen? Verdammt. So. Auf jeden Fall, hier treffen wir uns. Das haben wir ja schon gelesen. Hier mit voller Energie wieder. Bis zum nächsten Mal. Fang Royal over and out. Ich bin richtig Jungs. Ich bin richtig Jungs. Vill' moderate Teil еще hier.